Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebes Publikum, voller Freude möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Oper Dortmund bei den Oper Awards 2023 als bestes Opernhaus des deutschsprachigen Raumes ausgezeichnet wurde. Die Begründung der hochkarätigen Fachjury zielt einerseits auf die Art und Weise, mit der sich die Oper Dortmund mit innovativen Formaten in die diverse Dortmunder Stadtgesellschaft geöffnet hat, also mit den Projekten der BürgerInnenoper, der jungen Oper und auf der anderen Seite kreist diese Begründung um den Spielplan mit seiner Mischung aus Unbekannten und Bekanntenstücken, die wir mit herausragenden Sängerinnen und Sängern auf die Bühne bringen. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bedanken. Zunächst einmal bei Ihnen, unserem treuen Publikum. Sie haben uns in den vergangenen Monaten gerade wieder durch zahlreiche Besuche hier ungemein unterstützt und ich bin auch sehr dankbar für die Offenheit und Vorurteilsfreiheit, mit der Sie sich auf unbekannte Stücke einlassen. Ein weiterer Dank gilt natürlich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Oper Dortmund, des Theaters Dortmund, ohne die die Leistungen des vergangenen Jahres, der vergangenen Spielzeiten gar nicht möglich gewesen wären. In diesem Sinne hoffe ich auf zahlreiche Begegnungen hier bei Premieren, bei Vorstellungen, bei Festivals in Ihrer Oper Dortmund.